Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Live. Ich bin Keule. Heute gibt es kein Replay von mir oder Live Gameplay oder irgendwelche anderen wichtigen Tipps zum Leben und zum Überleben, sondern nur ein paar Glückwünsche zu Weihnachten. Dann feiert mit euren Liebsten, wer Weihnachten feiert, ansonsten wer Juulfest feiert, feiert Juulfest. Die Leute mit dem Hanukkah und so weiter, ebenfalls wunderbare Grüße an alle raus. Gebt nicht so viel Geld aus für dieses Spiel. Lasst euch reich beschenken und trefft alle eure Liebsten. Und ansonsten, Leute, wünsche ich euch viel Spaß. Bitte abonniert alle meinen Kanal. Um glücklich zu sein, braucht ihr das dringend. Und wir sehen uns nach den Feiertagen wahrscheinlich wieder. Wenn ich denn nicht fettgefressen irgendwo herumrolle, dann wird es ein bisschen länger dauern. Gehabt euch wohl und wir sehen uns. Bis bald. Ciao.